Oh, der Kieler ist auch schon wieder da. Morgen, hallo und herzlich willkommen. Matze am Schock. Wir müssen unsere Packer-Geschichte weiter machen. Es fehlen noch PMCs. Und ich höre den blöden Kieler schon wieder lachen da oben. Ich höre den Kieler. Ich höre den Kieler. Ich höre den Kieler. Nein, das war doch schon mal nicht schlecht. Also zwei habe ich erschossen. Ich weiß nicht, ob der hier, der davor lag, auch ein PMC war, den ich gesprengt habe. Wahrscheinlich mit der Nave. Ich höre den Kieler. Ich höre den Kieler. Okay. Scheiße. Der blöde Hund. Der Gila. Der Knallkopp. Ah nein, wieder nur zwei. Mist. Oh ja, hallo und herzlich willkommen. Trotzdem wieder am Start. Und ich habe gerade 16 Sekunden gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Und es ist keiner da. Ja, wir müssen hier noch Packerquests machen für Punisher Part 5. Wählen uns noch sechs PMCs. Die irgendwie keine Lust haben jetzt. Okay. 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 was ich habe einen schlafen? Was ist das? Oh! 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 Na endlich! Stop hiding! Mach ich Kumpel, mach ich! ,, ,, ,, ,, ,, Das war's für heute. Da wollte ich ja meinen Loot, das dumme Schwein. Das wickelt hier aber die ganze Zeit. Ja, da ist keiner da. Das machen wir aus wie Staub. Hier wird geballert. 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 Ach man, dämliche Packer, Alter. Leg dich auch jeder Bubbleskev um. Mann. Danila-Tutor-Junge. Ich hatte Packer durchgeschossen, Alter. Das ist sinnlos. Da brauchst du gar nichts anziehen eigentlich. Hallo. Mann. Was ist das denn? Kunt! You! Yeah, you! Fuck you, you heard? Was? Naja, drei habe ich glaube ich über einen Haufen geschossen. Naja, die Packer hält auch nichts aus. Das ist der Ersinn. Ich verstehe nicht, warum da die Granate da überlebt hat. Slap-See. Steht, oh, vier Stück? Oh, dann brauchen wir bloß noch einen. Geil. Er nimmt ein Bad in der Granate, verstehst du? Und steht noch da, ewig und reintarke. Ja, moin und hallo, herzlich willkommen. Matze hier mit der Packer und diesmal ein MP-153. Einen PMC bauen wir noch. Da hat mir die Tür eingelatscht. Und jetzt haben wir drei. Nicht, dass er mir wichtig ist, aber ich habe ja sonst nichts, was ich da reinstecken kann. Oh, ich muss nicht... Oh man, ich muss gerade niesen, du Idiot. Alter Schwede. Lieber die Traube in der Hand als ein Spatz auf dem Dach, oder irgendwie sowas. Ne, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Bach. So kommt doch den Schuh rein. Locals arrived, hat da unten rumgekriegt. Wie schön. Was? Nein! maquila da Nein! Mann! Das ist der blöde Hund! Das kann doch alles nicht wahr sein. Wie oft ist denn der da? Mann! Ja, er legt mich... Naja, wo ist die blöde Packer? Oh, nee. Das ist mir da, dass du mit der Kieler gehst. Das ist mir da, dass du mit der Kieler gehst. Das ist mir da, dass du mit der Kieler gehst. Irgendwas hat gelabert und gelacht, glaube ich. Ist das da Kieler? Was soll ich tun, was soll ich tun? Ich trage bloß einen PNC. Ich bin nicht schöner gegen den Chorenkanzler. Ich sehe ihn. Ich trage bloß einen PNC. 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 Leck mich. Was? So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich den Idioten umlegen. Ich trage bloß einen PNC. 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 PNC. Ich trage bloß einen 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 PNC.